Seit fast zwei Jahren prägt das Coronavirus das gesellschaftliche Miteinander und hat den Stellenwert von Gesundheit in den Fokus gerückt. Um die Folgen der Pandemie für Kinder, Jugendliche und Senioren abzufedern, beitet Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein mit Jahresbeginn das Angebot für diese Bevölkerungsgruppe aus. Die Pandemie offenbart bereits bestehende Schwierigkeiten und verstärkt Probleme. Wir sehen, dass Menschen mit besonderen Hilfsbedürftigkeiten, also Kinder, Jugendliche und die ältere Generation besonders betroffen sind. Hier brauchen wir neue Angebote und Unterstützungsleistungen. Kontaktbeschränkungen, die sich im Zuge der Ausbreitung der Omikron-Variante wiederergeben könnte, seien eine Herausforderung mit Überforderung, Einsamkeit und der Zunahme psychischer Probleme als mögliche Folgen. Daher unterstützt das Gesundheitsministerium, dass sich gemeinsam mit der Gesundheit Österreich GmbH im Rahmen des Schwerpunkts Gesundheitsförderung 21 plus der Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sowie der sozialen Teilhabe der älteren Generation verschrieben hat. Weitere 13 Projekte mit insgesamt 2 Millionen Euro. Von diesen sind einige auf die Stärkung des Wohlbefindens und der psychosozialen Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgerichtet. Dieser Schwerpunkt auf Kindergesundheit ist mir besonders wichtig. Kinder und Jugendliche waren Hauptbetroffene der Krise. Während der Corona-Pandemie hat gerade ihre psychische Belastung stark zugenommen. Die geförderten Projekte ermöglichen niederschwellige Unterstützungs- und Beratungsangebote, erläutert Gesundheitsminister Mückstein. Studien zeigen, dass sich die Lebensqualität und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Verlauf der Corona-Pandemie erheblich verschlechtert haben. Die aktuelle Entwicklung lässt vermuten, dass sich bei betroffenen Antriebslosigkeit das Vermeiden von Kontakten, mangelnde Lernmotivation oder Zukunftspessimismus verfestigt haben und weitere psychische Auffälligkeiten auftreten können. Dem will das Gesundheitsministerium mit Projekten entgegenhalten, welche die Ressourcen der Betroffenen und sie ihres Umfelds stärken sollen. Konkret sind das Workshops zur psychosozialen Gesundheitskompetenz, Weiterbildungen im schulischen und außerschulischen Bereich oder niederschwellige Hilfsangebote im psychosozialen Bereich. Sechs Projekte mit einer maximalen Laufzeit von zwei Jahren sind auf dem Ideenwettbewerb Gesundheit für alle Generationen hervorgegangen. Das übergeordnete Ziel dieser Schiene ist es, Impulse zu setzen und positive Bilder des gesunden und aktiven Alters in der Bevölkerung zu verankern und auf kommunaler Ebene generationsfreundliche Lebensmodelle zu entwickeln. Sie sollen soziale Teilhabe ermöglichen, auf Anliegen und Bedürfnisse der unterschiedlichen Altersgruppen eingehen und das Miteinander der Generationen fördern. Am Ende soll gesundheitliche Chancengerechtigkeit geschaffen werden und zwar mit Angeboten, die für alle Menschen, insbesondere für vulnerable, etwa von Armut und Einsamkeit Betroffene bzw. gefährdete Personengruppen zugänglich und relevant sind.